Was kommt, das kommt. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Glauben Sie, glaubt ihr an Zufällen? Ja, Corona hat die Sicherheit von uns einfach weggezogen. Plötzlich kam ein Virus. Wir wissen ja, dass es irgendwo herkam. Aber wir haben nicht gewusst, dass es einfach so etwas kommen wird im Jahr 2020. Und wir haben am Anfang gedacht, vielleicht ist es irgendwo in China oder irgendwo in einem anderen Land zu uns niemals. Aber plötzlich war es da. Und dann plötzlich haben wir angefangen irgendwie damit, uns zu beschäftigen. Und dann haben wir gedacht, vielleicht ist es alles weniger. Dann plötzlich haben wir jetzt über 30.000 pro Tag. Die ganze Selbstsicherheit ist von unseren Füßen weggezogen. Und keiner weiß, ob wir überhaupt Weihnachten feiern können. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht müssen wir halt nur im engsten Kreis miteinander feiern. Nach 20 Uhr darf man auch nicht raus. Also, eine Sache kommt einfach und wir wissen nicht, ob und wann das alles gut wird oder nicht. Die Hindus und die Buddhisten würden sagen, alles passiert von dem Karma. Aber jetzt frage ich mich selber, ob alle Menschen auf einmal einen Karma gemacht haben, damit alle Menschen auf einmal betroffen sind. Und wie gehen wir damit um? An diesem vierten Adventssonntag ist auch eine zufällige Erfahrung, was wir im Lukas-Erfangling hören werden. Nämlich, ein Engel namens Gabriel kommt plötzlich zu einer Jungfrau und sagt, Hallo Maria, du wirst schwanger werden, obwohl du nicht einen Mann hast. Also, du wirst einen Sohn bekommen. Und der Sohn wird der Höchste sein. Zufall. Man kann nicht glauben. Man hat schon Fragen. Sie hat auch die Frage gestellt, Ja, wie, wie, hallo? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist es interessant. Diese junge Frau sagt, Okay, wenn das sein soll, dann nehme ich das an. Auf einmal sehen wir hier eine andere Erfahrung, dass ein Mensch eben sich hingibt zu diesen Zufällen. Und wie kann diese Frau das machen? Vielleicht, ich denke mir sehr, dass diese Frau die Hoffnung in einem hat, was eigentlich viel überwältigend ist als diese Zufälle. Ja, diese Frau hat in sich ein großes Vertrauen in ihrem Gott, dass sie sagt, Okay, wenn das jetzt passiert, auch wenn ich kognitiv nicht nachvollziehen kann, wenn ich nicht glauben kann, aber trotzdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass mein Gott mich nicht verlassen wird. Vielleicht umgekehrt oder noch mehr, dass mein Gott wir durch diese Erfahrung mich höher machen oder besser machen. Jetzt kommen wir einfach mal zurück zu unserer Erfahrung momentan, dass wir mit dieser Corona wirklich sehr schlecht überrascht worden sind. Kann ich einfach jetzt einfach laut sagen, können wir Gott erfahren durch diese Corona-Erfahrung? Oder mehr gesagt, können wir Hoffnung schöpfen durch diese Erfahrung? Ich würde sagen, ja. Weihnachten, was haben wir gemacht? Wir haben auf unserem Kalender notiert. Am 24. muss Christus geboren sein. Am 25. ist der erste Weihnachtsfeiertag. Ganzes Land hat frei. Zweiter Weihnachtsfeiertag dazu. Aber Gott sagt nein. Schaut hier mal, der Kairos, das heißt, die erfüllte Zeit, was Gott für uns bestimmt hat, wird kommen, auch wenn wir uns nicht vorbereitet haben. Maria hat akzeptiert und angenommen, dass der Wille Gottes in ihrem Leben geschehen darf. Wir, wo sind wir? und Osterich, Vielen Dank.